Hallo liebe Freunde und willkommen zu der nächsten Folge Let's Play Terrorizing. Ja, was soll man noch groß sagen außer Hallüchen an die Freunde Sashia und Mikandia. Servus. Hallo. Und jetzt gehen wir auf Golem Yard. Zumindest heißen die Dinger so. Allatak. Gleich hier rechts. Die waren ja gar nichts, oder? Alter Latz. Ach so? Ich bin erstmal voll ne falsche hinterherklopfen. Also ne falsche Gruppe von, oder? Ja, ich bin ne falsche Gruppe hinterherklopfen. Scheiße. Ich hab mir grad gedacht, wo seid denn hier schon wieder? Oh, war das ein Fail. Eier passiert. Oh, Leute. Super-Folgestart. Das sind die falsche Gruppe. Das sind die falsche Gruppe. Ah, Frank, Moment. Frank, Moment. Oh. Okay, jetzt bin ich wieder bei euch. Hauptsache, ich konnte keins aufnehmen und Sashia 2. Nein. Ne, ich hab auch inzwischen genommen. Ich konnte keins aufnehmen. Beileid. Kann ich hier nix. Wer hat letztes Mal drei Jahre später sein Parlament fertiggestellt? Das war ich also. Mach dich nicht fertig. Achtung. Lern lesen und schreiben. Hm. Gib dich nicht auf, lernen lesen und schreiben. Hahaha. Alter, es ist mir eine falsche Energie. Es gibt so nicht. Es gibt so nicht. Es gibt so nicht. Es gibt so nicht. Einträge. Gibt's doch gar nicht. 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 Moment. Ich glaub für dich dann. Gibt's doch gar nicht. Wie geht's? Wie geht's? Ja, meint's nicht. Also, Miki, du hast doch dein Affordment. Boah. Oh, was ist das? Fünf. Ja, drei. Alles wieder gut? Ja, bislich schon. Bislich schon. Was müssen wir denn hier noch töten? Ich glaub, hier müssen wir alles töten, was hier rumlauft. Ne, die Zahnradgolems müssen wir nicht machen. Ok, aber der kommt jetzt trotzdem Wo bist denn der gesprungen, ey? Fegt wieder ein Fragment bei mir? Hier ist ein Bruchstück von Amaron Wie kann dir das Deins? Ah, Fragment dahinter Da oben ist ein Fragment, das ist Deins, Duril Ja Die ist so, einfach teilen wir uns eine Beute Ja Teilen macht Spaß Und noch mehr mit Gas Wo sind die nächste Gegner? Wo sind die Gegner? Wo sind die Gegner? Ah, sind wir schon zu aufbrochen mit wo sind die Gegner? Sorry Herr Schau, ich bin der Projekte, hat Sinn und Wiener Systemfehler Er hat uns mal wirklich ein Systemfehler Gaender Ist Warum mir die weg geht? Er legt mich am arsch Systemfehler, ihre Stütze, oder? Böh Ja Geil Prozent das ist noch ein bisschen hochentwickelt an sich moderne Technik moderne Technik Technik die begeistert und ich schau abgenickt von Technik er wollte ich auch gerade sagen Technik der sieht aus wie der Kronk Technik plus mit weniger Bart die Ähnlichkeit wird schon auch festgestellt ne andersrum, der Kronk hat weniger Bart als der Technik Technik hat so ein Vollbart der Kronk hat anfangen aber nicht so krass wie der Technik das stimmt das stimmt orientierung wieder zurück ins Lager oder? Totenkern warte drüber haben wir noch zwei Stück drüber nochmal zurück also ich hab hier gefunden ah Schwäche ok ah da bei mir genau da liegt sie auf dem Boden rum da war es nur noch einer da ist ja die Sau äh jetzt haben wir es doch Moment jo hebs oh da kommen nur zwei wollt ihr unbedingt spielen, hm? die Woll auf die Mütze bekommen die Säcke hält so jetzt jetzt haben wir alles, oder? achten abgeben 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 das ich halte sie auf so dein Job, oder? die ganze Gegner aufhalten los, sprech das aus ja vergesst nicht, warum wir kämpfen vor Ort los, sprech das aus, Freunde so, weiter geht's ah, ich muss erstmal questert geben ah stimmt we will wait ich versuche mal hier drüber zu springen tust ned ich hänge ihn in der Luft fest mit adolescent steckte man nicht das packt man nicht mit der Anlauf komm mir probier's nochmal du 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 da musste trochę abspringen ne very, go over honor бар conceptual gja wie kannt er unsvey neben dem. Anlauf und lag Prozent genau zu lehren und Probe über das Zeit ist ich hab's für den Krieg und in letzter Sekunde das sind sind Trommelmann Samar oder du rechtsehrig ist wir treffen in der Mitte also auch jetzt aber nicht mittel er ist ab so wird Sammler ich darf Sammler und der Treffmann der ja wo auch alles es ist kurz ausgesetzt ich hab jetzt ich hab jetzt 5 ich 1 so schnell kann das platz wenn da immerhin elf hätte es ist die truhe hallo ich denke mir hier müssen wir nochmal hoch kommen damit zumal die gleiche okay kommt der Gema Kraternuss aktuell 12 wenn es richtig sehr erbaut oder sie dass ein Golem zwei obel auf 2 es ist noch mal nicht machen in der Bekommel oder vielleicht auch nicht ist der Adarag und hier rechts ist der ist inzwischen das war ein paar Prozent hier rechts die rechts was nicht der Typ oder nicht der Obo irgendwo Oh Gott, oh Gott, oh Gott, jetzt haben wir einen riesen Bock schon sogar ja, die Gegner sind jetzt wieder sehr weit hin und her ja, ihr müsst zu mir kommen der Typ, der Stier und nicht mehr zu total ja geht zu mir Oster! Rauch, ich bin da, ich bin da, ich bin da die Seiten, wir kommen gleich ihr müsst ihr doch schon aufholen eliminiert eliminiert Buch Ah, das ist noch einer Oh, den Brauma-Sucker Ja Vorhaut-Loks Vorhut Ich weiß Ich weiß Machen wir die zwei, die händen wir das händen wir da so besondere Namen Hier sind wir wieder Vorhut-Loks, Mama erstiegschöner, oder? Ah, da komm, ich sehe grad Nein, ich sehe Ja, jetzt, ok, los geht's Au Boah, fuck Hilfe Ja, perfekt Der eine, der braucht, der auch ganz schön, ey Die läuft zu dem anderen Die rennen alle, ist so weg Die rennen alle, ist so weg Das nervt, schockt sich Fuck, fuck, fuck Was ist das hier? Oh, ich sehe die nicht, ey Erste, ich stehe die nicht, ey Erste, ich stehe die nicht, ey Or,, genau Oh, oh, oh Das war das der Gegnerkiller Beginn für 38 Alle, alle mal im Blitz ab, oder? Jeehhe Glückwunsch da ist noch bald und gelockt aber die Origen ist ein echt starker, kann ich nix sagen oh, kann man nicht meckern meckern sollte man sowieso nicht aus Prinzip nicht würde ich sagen weil es für Ome war definitiv Trommel mal wieder, oh, leider hin ist er wegen so einer hier lass uns erstmal die Adarack Adarack und jetzt sind die Vorhut noch nimmer oh, ich wollte raus ich sammel, bring was mit wir machen alle, wir machen alle naja, bissl noch was ja gut, die müssen wir uns eh noch alle kieler haben ja, brauchen wir aber theoretisch gar nicht mehr alles EP alles EP, genau ja die liege vor uns im Knie äh knie, knie da liege vor uns im Knie ha 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 sag mal, sag mal gleich ruf? ja, ich hab schon meinen Schauber auf die schauber ach ich bin also was war das Pfeife was ist das? was ist das? brauchen wir das auch? die Oberfläche des Steins bleibt selbst in der Sonne kalt ok, cool ich hab's Fülle müssen wir auch noch hier gegenwann erstmal abgehauen, bevor wir wieder alle respawnen was ist das Teleportrolle gut habe ich immer Oh, das sind so viele Respawn Ja, nein, so müssen sie auch glocken, egal sind sie angelockt haha Oh, das sind welche, gell? Ja? Oder ist jemand? Wom greifst du die auch? Weil ich hab da einen Hanneschen Quest-Ordnummer, wo er hoch sei, ich glaub ist mir eine Ehe und mein Vicky, die ist fast eine Ration Verbündete und immer, wenn Vicky, ich komm, wow Oh, ist die schon grad weggegangen, halt fast kaputt, alle Ah, die brauchen wir doch gar nicht doch, ich ja Habt ihr die Quest-Alang, um schon der Zip da drüben Achso, ja, die jetzt hier, ja, stimmt Aber die zwei Grad haben wir nicht brauche Ne, die, ne? Dahin müssen wir welche Na gut, können wir jetzt auch schon wahllos rumkillen, so schwer sind die, oder? Die packen wir ja auch so locker Ajo Achtung, da steht wieder so ein Golem da, gell? Wo, wo, wo? Links von mir und rechts von euch, gell? Ja Das hier, ja, pass auf, gell? Ich hab's gesehen Aber wir müssen da vorgeschönen, da haben wir so geschönen Ich lauf mal einmal so, ich lauf einmal im Kreis Mh Oh mein Gott Mach dich bereit, Sascha, jetzt kommt er gleich Und dann gleich mit der Army, das Böse Alter, Lats Bist du sicher, dass es eine gute Idee war? Jaaa Boah Boah Tchakalaka Alter Alter Ich seh dich Boah Wie war die Vernichter? Gange scheiße, ich häng Alter, wie war die Vernichter? Oh, bei mir hängts grad derbe, gell? Bei mir auch Ah, jetzt geht's Ah, nice one Boah Tchakalaka geht weiter Und kein einziges Fragment Ich glaub, wir händen jetzt schon viel zu viele für den jetzigen Stand Deswegen dropp jetzt auch keine mehr Boah Starb der Schlange, natürlich Okay Gut Sag mal, sag mal alles Riesiger Gladiator Oh ja Komm mal mit Komm mal mit, was ist dahinde Wir müssen riesige Gladiatoren finden Die sind bei einer Arena der erhabenen Die ist ein Torbe In Norden Ich guck mal grad, was dahin im Eck ist Wartet mal, ich schwöne, okay? Ja, ich folg dir rein, eh Okay Ich weiß, wer weiß, ob da vielleicht irgendwie so Die Pflanze Wow Die Pflanze muss ich mitnehmen Duril, öffne das Tor Äh Achso, stimmt, ich kann dir Tore öffnen Sesam, tu dich öffnen Melon Melon Strohkäfer Geht nix Scheiße Sorry, geht nix Was, den Strohkäfer gefunden Ich hab so ein ganz andere Käfer gefunden Ich hab so ein ganz andere Käfer gefunden Doch mal, nicht mal wieder eine Beine Ich hab doch grad zu dir gesagt, wir nehmen die Pflanze mit Du stand sogar neben mir Ja, ist das halt lang dauert, bis ich reagiert habe Also, lass uns die Gladiatoren noch kippen Ja, wo sind wir? Also, oben bei der Arena Sascha, du weißt, wo sie sind, oder? Ja Oh Gott Ah Wir spawnen alle Ja, aber wir spawnen die genau wieder bei mir vorbei rein, ohne Scheiß Was? Die guckt sich genau den richtigen Zeitpunkt aus Das ist schon nicht fair, sowas Boah, wieder voll in der Sandsturm Aber der macht jetzt zum Glück nix Ja, krass, wenn der einen so weghaut wird Mhm, aber das so hoch ziel wird, weißt Ich bin nicht cool Bei der Weltwettbewerb, wo man das schreckt, weiß ich wenigstens Ja So Naturkatastrophe Blitzschlag Wirst schon blitz drauf und bist tot Das ist nicht so lustig, glaube Mhm, klar war auch nicht Da auf es sind sie, oder? Alter, was ist das? Wo denn? Sind sie? Ja Wo denn? Rechts Nein, bei Staschia zu ne Glade Schlag der Entlufter, was das ist? Ne, da kämpft jemand dagegen Alter, wie queriesig sind die Alter, wie queriesig sind die Leute, seid ihr bereit? Stufe 36 Packermatte? Gruppe Monster Ja, komm Wir sind nur eine Gruppe Mehr in der Taktik, ich geh drauf Hab gepult Hab gepult Hab gepult Hab gepult Ich hab aggro, ich hab aggro Okay, ich mach meine eine Bombe rein Die haben wieder und wurde kreist Also wenn ihr seht, dass ihr habt, dann Nimm die Beine in die Hand Nimm die Beine in die Hand Ne, wenn ich ihn hab, ist ja okay Er müsste keiner nachdenken Ich bin ja dann wieder Jaja, genau Sofern es noch machbar ist Alter, der frisst voll kein Schade Geil, aber wir hätten grad gut Wir hätten grad gute Ja Was für ein epischer Kampf hier Ja, der muss voll ein Stoß Ja, der muss voll ein Stoß Ja, der muss voll ein Stoß Au Oh, sei gut Alter, da hast du Alter, da hast du Das sind nur einige Das sind nur einige Mit, mit, ich zieh mal denn her und dann rennen wir Wohin Wohin Nach hin Zum Sommer Platz sein So, mal, hier den Torburger Weil ich bin ganz langsam, gell Rennen wir weg, ich bin voll langsam, gell Also, bleib so Ich fange ab Ich fange ab Der dreht jetzt nicht einfach mal klein Das ist so blöd so Ja, ich steh halt auf der anderen Seite von euch Ja, kannst du drehen vielleicht Ich versuch mich grad im Kampf Oh fuck, ich mach Heel, ich mach Heel Alter, das Gift 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 Liegt da, drauf Über den Zubliegern noch Ja, gell Eifers, der ist echt total Aber der liegt wenig ins Parole noch Au, das Sauher Boah Bäm Bäm Geil Puh Was denkst du jetzt, den ganz Außen hier Den ganz Außen hier Das sind mal genügend Platz normalerweise Ja, also den müssen wir Den haben wir hier perfekt eigentlich Der da? Ja Den nehmen wir uns jetzt auch noch zur Brust Servus Servus Oh, er greift mit Schaden Au Boah Boah Alter Und da hat's mich erwischt Wir probier es, Tasch dir, wir probier es Soll ich mich wiederbeleben? Ja, mach mal Oh nein Was ist? Was ist? Oh Gott, ich bin irgendwo anders glaub jetzt Fuck Hä, ich hab die erste Mal, hast du die erste Wiederbedingung frei? Nein Nein Was ist? Was auf Ich bin in Tulu fahren Nein Warte mal Warte mal Bleib ganz ruhig, ich probier gleich was Ich komme Wo finde ich euch? Oh, bei der Gladiator Scheiße, ich muss Ich kann ja Halt mal kurz durch Ja Ich hab ihn teleportiert Ja, ich hab angenommen Ich bin auf dem Weg Ich reiße durch die Zeit Frieren wir da ein? 94% Warte doch Duril ist weg Aber ich hab kaum Energie Nimm so einen Trank Nimm so einen Trank Damit du wieder 100% Ausdauer hast Duril weg So, Stier, red doch mal Alter Schau, wie der hat mich erwischt Wie geht es? Oh Scheiße Okay, wir kriegen das hin Ich kann mich nur in Tulu fahren Wiederbeleben, sorry Boah, was hat der für Reichweite Ist ja übel Aber ihr packt den, ihr packt den Der hat nur noch 30, der hat nur noch 30 Das ist ihr Heal Mhm Oh, der ist ein Drecksack Was für ein Fight meine Freunde Wow Aber zum Glück schaffen es die beiden Mitstreiter Auf geht's Auf geht's Schrei Oh, ich hab nicht recht drauf Oh Oh Scheiße Jetzt Jetzt habt ihr ihn gleich Nein Was los? Oh Der hat mich kurz bevor meine Attacke rausging, hat er mich nochmal drauf Schuss 1-3, es ist ein Drama hier, es ist ein Drama Ich seh nix, ich seh von nix Ja Jawohl Ganz steig Jungs, ganz steig Oh, yes Haschenkrieg, Duril Ja, ja, 3 von 3 Ich hab ja eigentlich live wieder erlebt Ich war nur tot Aber den ganzen Kampf hab ich gesehen Alter Aber wieso hat er mich so schnell zweimal killed? Ja, du warst ja noch halb tot, als du wieder kamst Ja, weil das erste Mal, ich mein Der hat ja Tage gemacht, die hatte man noch nicht gekannt Die ersten zwei gingen ja eigentlich nicht so schwer Nee Der war irgendwie heftiger, der war viel heftiger Der wahrscheinlich hat ein Crit gelandet oder sowas Warte mal, ich muss mal gucken, ob ich so ein Ausdauer Tranker Ich hab vielleicht auch einen Welche waren das? Warte, ich hab welche Nee, zeig mir erstmal welche das waren So Lila, ne auronisches Allerhalmmittel Hab ich glaub net leider Nee, hab ich net Man handel mich mal an, dann kriegst Was für ein Fight Ich kann dir Warte mal Warte, mach was anderes da Kann man da eigentlich einen irgendwie nur handeln oder geht das überhaupt nicht? Ja, jetzt Wie hast du das gemacht? Mit dieser Großschreibtaste Weißt du wie sie heißt? Danke schön Bitte Umschalt? Keine Ahnung Ja, irgendwie so Okay, alles klar, Umschalttaste wissen wir das jetzt auch So, jetzt bin ich wieder hergestellt Boah, alter Ja Ganz stark von euch zwei macht Ganz stark von euch zwei macht Geh mal abgeben, oder? Warte Ja, abgeben und dann Folgeende Das war jetzt wieder dramatisch genug Das war echt, das war überhaupt voll überraschend Ey, mein Tod, der war und dann bin ich plötzlich in Tulu vorhanden wieder wiederbelebt worden Ja, ich glaub das mit den Jokers ist das Hämmer nicht mehr Vielleicht hab ich mir in keine Rolle mehr, kann das auch keine Rolle der Wiederbelebung mehr Ja doch, aber das geht ja nur für andere Nicht für dich selbst Echt? Weil ich konnte mich englern wieder einmal selber wiederbeleben Ich hab 16 Stück Achtung, da ist so ein Golem, gell? Pass auf, pass auf Ich dachte, es wäre ein Steinhof, ey Rechts auch, rechts auch, gell Hier sind überall solche Golems, gell? Müsst du aufpassen Oh ja, dann wieder mal da kommen wir auch noch mal Es wird nicht einfacher, Freunde, es wird nicht einfacher Ja, ist das hier, du hast gerade nur noch keilt, oder? Ja Ja, außer jetzt gerade am Ende, wenn du ein bisschen versucht irgendwie Schaden reinzukriegen Okay Nee, aber jetzt solche Gegner schon besser, wenn sie die ganze Zeit halt Ja, ja, weil Das geht so Und gerade Elbert hat immer das Heile mitbrucht, ich war ja, ich war einfach tot Ja, ich war überrascht, ich hab nicht gerechnet, dass so viele plötzlich reinkommen Nee, das war eine Attacke, oder? Ja, das war so ein Schmetterschlag irgendwie Okay, du standst halt genau im Zentrum Ihr seht kampfbereit aus Da führen wir jetzt auch viel Geld Da führen wir jetzt auch viel Geld Warum seid ihr hier? Denkt daran, weshalb wir kämpfen Ja, ein ordentlich EP Also, wo müssen wir jetzt hin? Müssen wir ins Lager zurück, oder so? Ja, ja, ja Cool, dann können wir da Perfekt War jetzt mal wieder eine etwas spannendere Folge, liebe Freunde, aber das wollt ihr ja Ja, ihr wollt uns ja leiden sehen Und sterben sehen Und sterben sehen Und sterben, natürlich Und da war ja alles drin in dieser Folge Oh ja Wo muss man sich da? Oh da Oh, wo? Ja, wo? Für die Föderation Wollt ihr zu mir? Nun denn Jetzt erstmal irgendwo wieder neu laufen Östlich des Titus Tempels Ja Wir sehen uns dann östlich des Titus Tempels wieder, liebe Freunde Ciao, bis zur nächsten Episode von Let's Play Terrorizing Ciao Tschüss